Guckst dir ein Porno an, wo eine alte Folge geschissen wird und angepisst wird und du sagst, ey, Digga, geil, Mann, da hätte ich auch mal Bock mitzumachen. Und drei Wochen später kommt jemand zu dir und sagt, ey, hast du Bock ein Porno zu drehen? Fesselspiele. Dann heißt es nicht, dass du da mitmachen musst, nur weil du bei dem Vollkack-Porno deiner Mutter gesagt hast, da hättest du Bock drauf. Das heißt, wenn ich sage, ich fand Seven Ways Wild bei Knossi geil auf dieser Insel und ich sage, ey, das ist etwas, worauf ich Bock habe, beziehungsweise wo ich mir vorstellen kann, mitzumachen, heißt es nicht, dass wenn ich eine Einladung bekomme, von wem auch immer, und es in einem komplett anderen Land ist, unter komplett anderen Voraussetzungen, Zeit, nämlich anstatt sieben Tage, 14 Tage, dann heißt es nicht, ich sofort da am Start sein muss, nur weil ich bei der anderen Folge gesagt habe, oh, da wäre ich am Start. Weil es zwei komplett unter unterschiedlichen Voraussetzungen. Und wenn du das nicht verstehst, Digga, dann nehme ich gerne Montana Doppelmoral. Ich wäre dabei. Ich muss nur Monte umstimmen. Dass halt Monte mitmacht, Chat, tue ich so bei der Note. 1,5 von 10 eingliedern.